Hallo zusammen, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich habe für euch eine Liste von Produkten vorbereitet, die euch sicher überraschen werden. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber gleich nach dem Titelsong werden Sie verstehen, wovon ich spreche. Nummer 4. Der Cybex Balios S-Duo ist ein Kombikinderwagen, der Eleganz und Funktionalität vereint. Mit der Baby-Tragetasche Cod S-Lux und einer maximalen Tragfähigkeit von 22 kg ist er ideal für alle Wachstumsphasen Ihres Kindes. Der Kinderwagensitz kann ab der Geburt verwendet werden, während die robuste Struktur und die hervorragende Federung ihn für alle Terrenks geeignet machen. Er lässt sich leicht zusammenklappen und verfügt über einen großen, 10 kg schweren Aufbewahrungskorb, der für aktive Eltern sehr praktisch ist. Ausgestattet mit einem Verdeck mit UPF 50 Plus bietet er umfassenden Schutz. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 3. Der Babysen Jojo 06 Plus Duo Kinderwagen ist ideal für Eltern, die ein leichtes, kompaktes Produkt für Neugeborene und ältere Kinder suchen. Die Möglichkeit, ihn sowohl als Babyschale als auch als Kinderwagen bis zu 22 kg zu verwenden, macht ihn vielseitig und für verschiedene Situationen geeignet. Die hervorragende Verarbeitung und das ultrakompakte Zusammenklappen machen ihn perfekt für den Einsatz in der Stadt und in öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch für Reisen, ob mit dem Auto oder dem Flugzeug. Trotz seines minimalistischen Designs bietet der Kinderwagen gute Sicherheit und eine breite Palette an mitgeliefertem Zubehör, wie zum Beispiel einen Beinschutz und eine Kinderwagentasche. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 2. Der Cybex EOS Lux Duo Kinderwagen ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die Wert auf Langlebigkeit und Robustheit legen. Mit seinen geländetauglichen Rädern garantiert er eine sanfte Fahrt. Trotz seines erschwinglichen Preises bietet er eine hervorragende Qualität und ist mit dem Autositzmodul kompatibel. Allerdings ist das Zusammenklappen mit angebrachtem Modul nicht kompakt und das Gesamtgewicht von 13 kg kann eine Herausforderung sein. Die Abmessungen im geöffneten Zustand betragen 116 x 61 x 95 cm, im geschlossenen Zustand 92 x 51 x 40 cm. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1. Der Bagaboo Fox 2 ist ein Duo Kinderwagen, der maximalen Komfort und Bequemlichkeit für Babys bis zu 22 kg bietet. Mit seinem geringen Gewicht und der guten Federung ist er perfekt für die Stadt geeignet. Der geräumige Ablagekorb bietet Platz für alles, was man für einen Spaziergang braucht. Die Struktur ist solide und sicher, mit einer Tragfähigkeit von 22 kg. Die Möglichkeit, den Kinderwagen in beide Richtungen zu schwenken, ist ein zusätzlicher Vorteil. Der Griff ist höhenverstellbar und gepolstert für maximalen Komfort während der Fahrt. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt.